Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr heute zum ersten Mal eingeschaltet habt, mein Name ist Jenny und falls ihr wieder dabei seid, freue ich mich sehr euch wieder zu sehen. Heute kommt ein gewünschtes Video einer Abonnentin von mir und zwar hat sie sich gewünscht, ich soll aus jedem Parfümhaus einen einzigen Duft auswählen und darum wird es heute gehen. Aus jedem Parfümhaus wähle ich einen Duft. Wenn es euch interessiert, bleibt bitte gerne dran und wenn ihr noch nicht Teil unserer hier bestehenden kleinen Parfümfamilie seid, vielleicht überlegt es euch, abonniert meinen Kanal, mich würde sehr freuen, euch hier zu begrüßen und ansonsten habe ich es unterteilt und zwar einmal in Designer-Düfte, damit werde ich starten und die zweite Hälfte würden die Nischen-Düfte sein. Das heißt, wer jetzt eher an den Designern interessiert ist, der sollte jetzt aufpassen und das erste Designer-Haus, was ich ausgesucht habe, ist das Haus von Dior und da habe ich für euch Miss Dior Absolut Blooming. Ich werde heute nicht zu viel mehr auf die einzelnen Düfte eingehen, Leute, ich habe sie alle für euch reviewt, das ist ein wunderschöner, floraler, mädchenhafter, sommerlicher, nicht penetranter, süßlicher, ja, wahnsinnig schöner Duft. Ursenhause Dior habe ich ihn gewählt als meine Nummer 1. Miss Dior Absolut Blooming. Das nächste Parfümhaus ist das Haus von Mugler und aus dem Hause Mugler habe ich mir ausgesucht das Angel Iced Star. Das ist relativ neu in meiner Kollektion und trotzdem, ich finde ihn im Moment am allerschönsten. Alien wird immer mein Favorit bleiben, trotzdem. Im Moment greife ich viel mehr zu ihm, Alien benutze ich nicht mehr, deswegen habe ich ihn gewählt, ein wunderschöner Ananas-Kokos-Sommertraum. Die Ananas ist nicht sehr präsent, aber trotzdem ein ganz toller Duft und erst meine Wahl aus dem Hause Mugler. Das nächste Haus wäre das Haus von Guala und aus dem Haus Guala ist es L'Instant Magique. Das ist ein pudriger, erwachsener Duft, sehr schön, sehr edel, ja, also wer pudrige Düfte mag, der sollte den absolut probieren. Ich habe meine Probleme mit dem Haus von Guala, Leute, deswegen habe ich nicht allzu viele Düfte, aber den L'Instant Magique mag ich sehr gerne, allerdings eher so, wenn es etwas kälter wird. Der ist mir für den Sommer einfach ein bisschen zu pudrig. Sehr gute Haltbarkeit, gutes Sillage, L'Instant Magique von Guala. Das nächste Haus ist Gucci und von Gucci mein All-Time-Favorite, Gucci Blum. Ein blumiger Rausch, wirklich, es ist irgendwas wie mittenstehend in einem Blumengarten, die Sonne scheint, so ein Duft ist das. Immer wieder schön, hat eine sehr gute Sillage, eine gute Haltbarkeit und aus dem Hause Gucci, meine erste Wahl, Gucci Blum, das Eau de Parfum. Das nächste Haus ist das Haus von Versace und von Versace habe ich gewählt, Cristal Noir, das Eau de Parfum. Das ist ein kühler, arroganter, düsterer, irgendwie, das gibt mir immer so den Vibe von einer Kirche, so dieses kühle, wirklich wahnsinnig sexy, toller Duft, Leute. Der hält den ganzen Tag, hat eine mega Sillage und aus dem Hause Versace war es ganz klar, das ist mein Top-Favorit, Cristal Noir, das Eau de Parfum. Aus dem Hause Carolina Herrera hätte ich für euch meine erste Wahl und das ist das Very Good Girl von Carolina Herrera. Das ist der neueste aus der Reihe und der ist einfach fruchtig, sexy, schön, sommerlich, hat eine gute Performance für den Designer Duft, finde ich. Es ist nicht wie das Good Girl, aber trotzdem, er ist da, er ist präsent und für mich ist das so ein bisschen diese Sommervariante. Und wenn ihr floral fruchtig, wenn das so eure Ecke ist, probiert den aus, der ist wunderschön. Meine erste Wahl, Very Good Girl von Carolina Herrera. Das nächste Parfümhaus wäre Lalique. Und von Lalique habe ich gewählt mein Soleil. Der Soleil ist ein Evagia, Leute, das ist ein guter Launeduft, der ist cremig, der ist leicht süßlich, der ist elegant, der geht das ganze Jahr über, der geht auch zu jeder Gelegenheit, ist eigentlich auch ein Signature-Scent. Die Performance von ihm ist so neuer. Er hält nicht lange, er hat auch keine Monster-Sillage, aber der Duft ist so schön, dass ich das in Kauf nehme. Lalique Soleil ist meine Wahl aus dem Hause. Das nächste ist aus dem Hause Etro und dank einer Abonnentin von mir habe ich dazugelernt, denn Etro, Leute, ist kein Nischenduft. Etro ist eine Designermarke, deswegen, ich habe ihn euch die ganze Zeit als Nischenduft verkauft. Er ist kein Nischenduft. Liebe Lana, wenn du mir jetzt zuschaust, dank dir, du hast mich aufgeklärt, ist Etro definitiv ein Designer. Also, der Vicolo Fiori von Etro ist ein Designer-Duft und aus dem Hause Etro für mich alles. Es ist Sonnencreme in einer Flasche, der ist cremig, der ist blumig, der ist einfach toll, hat eine super Performance. Es ist das Eau de Parfum und das ist meine Wahl aus dem Hause Etro. So, das nächste Haus ist Giorgio Armani und mein liebster Giorgio Armani ist das Armani C. Fiori. Das ist für mich wirklich so ein rosa Wölkchen, weiblich, mädchenhaft, sehr süß, geht immer, hat eine minimale Puderigkeit, bleibt aber sexy trotzdem. Und für mich ein ganz besonderer Duft, die Performance ist okay, es ist kein Biest, Leute, aber er bleibt ja ein paar Stunden, ich sprühen sehr gerne nach. Und er ist aus dem Hause Armani, mein absoluter Top-Favorit, Armani C. Fiori. Und der vorletzte kommt aus dem Hause Tom Ford und der liebste aus dem Hause ist für mich Lost Cherry. Das ist eine sexy, dunkle Kirsche. Gott, der ist so gut, Leute, das ist eine süße, richtig dunkle, schwarze Kirsche. Sehr sexy, für mich der beste und einzigartigste Kirschtuft, den ich gerochen habe bisher. Er ist nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen, deswegen liebe ich ihn, die Performance ist leider nicht so gut. Er hält nicht gut, aber ich sprühe ihn nach, es ist mir egal. Tom Ford's Lost Cherry, meine Wahl aus dem Hause Tom Ford. Und das letzte Haus wäre Narciso Rodriguez und meine Nummer 1 aus dem Haus umgeschlagen, Narciso For Her, das Eau de Toilette. Das ist mein liebster Imager, ich mag auch die anderen alle Leute. Eigentlich hätte ich sie alle wählen können, aber er ist der, zu dem ich wirklich am allermeisten greife. Der geht immer, der hat so einen leicht maskulinen Unterton, das gibt ihm diese Edginess, Sexiness und das mag ich an ihm so, so, so gerne. Deswegen, er ist meine erste Wahl, hat eine super Performance, Leute. Der hält den ganzen Tag eine super Sillage, Komplimentenmagnet hoch 100, Komplimentenmagnet hoch 100 und meine Wahl aus dem Hause Narciso Rodriguez. Das war es mit den Designer-Düften, Leute. Und jetzt starten wir mit den Nischendüften. Und das erste Haus, was ich gewählt habe, ist von Serge Lutons und es ist Fleur d'Oranger. Ich habe hier einfach eine limitierte Flasche, das ist das ganz normale Fleur d'Oranger. Leute, das ist so ein toller Orangenblütenduft. Einer der natürlichsten Orangenblüten, die ich kenne und das verehre ich wirklich an ihm. Für mich ist es ein Meisterwerk für den Sommer, der ist frisch, der ist wirklich so dieses, ihr riecht diese Bäume mit diesen Orangenblüten. Das ist der Wahnsinn. Also wenn ihr den noch nicht kennt und nicht probiert habt, probiert den aus. Performance ist okay. Ich war von Serge Lutons früher Bister gewöhnt. Der hier, ich glaube, das ist die überarbeitete Version, ist nicht mehr so ein Biest. Aber der Duft ist so wahnsinnig schön, dass ich den immer wieder kaufen werde und liebe den über alles. Fleur d'Oranger von Serge Lutons. Die nächste, das nächste Parfümhaus ist Juliette Has a Gun. Und aus dem Haus habe ich am liebsten Lady Vengeance. Das ist so eine sexy Rose, cremige sexy Rose. Leute, der ist wahnsinnig, wahnsinnig sexy für mich. Wirklich. Also der geht zu jeder Gelegenheit. Der geht auch abends. Das Einzige, was mich an ihm etwas stört, er hält halt nicht lange. Er hat auch keine mega tolle Siage. Aber der riecht so toll. Der Geruch an sich ist so toll, dass ich den einfach aus dem Hause am liebsten mag. Der immer in meiner Kollektion bleiben wird. Juliette Has a Gun, Lady Vengeance. Das nächste Parfümhaus ist Nasomato. Und aus dem Hause Nasomato habe ich gewählt Narcotic V. Für mich ist es ein Tuberosentraum und ein absoluter, wirklich ein Blast von Blüten. Das muss man mögen. Der ist sehr penetrant. Der ist wirklich da. Der haut euch um beim ersten Sprüher. Der ist wahnsinnig stark. Es ist ein Extre de Parfum und ich liebe den sehr. Aber ich habe Meinung gehört von Leuten, die mögen den überhaupt nicht. Deswegen, Leute, kein Blindkauf. Der ist teuer. Probiert ihn. Aber die, die ihn mögen, werden ihn lieben. Das ist ein absolut toller, auch sommertauglicher Duft. Der geht immer sehr sexy, betörend. Und immer da Top Siage, Top Haltbarkeit. Narkotic Venus von Nasomato. Das nächste Haus ist das Haus von Montal. Und bei Montal, wenn es darum geht, mein allerliebsten, ist es Intense Thierry von Montal. Und das ist irgendwie so ein sehr underrateder Duft. Jeder redet über sehr viele Düfte von Montal. Intense Thierry kommt immer irgendwie zu kurz. Ich liebe den. Der ist tropisch, cremig, sommerlich. Der riecht für mich wie ein Karibik-Urlaub. Süß, floral, cremig. Leute, einfach nur mega toll. Probiert ihn aus, die Thierry-Blume hier. Ist wirklich mega präsent. Für meine Nase ist er einfach nur top. Meiner ist fast leer. Der wird auf jeden Fall nachgekauft. Meine Wahl aus dem Hause Montal. Das nächste Haus ist Mikalef. Und von Mikalef habe ich einen, der mein absoluter, absoluter Liebling ist. Ylang in Gold. Leute, das ist einfach nur ein Kokosnuss-Cremetraum für den Sommer. Besonders schön. Ich trage den im Moment sehr häufig und ich verrate euch ein Geheimnis. Das Ylang in Gold Nektar ist auf dem Weg zu mir. Denn das habe ich mir blind bestellt. Ich bin wahnsinnig gespannt. Aber ich liebe das so sehr, dass ich den Nektar auch probieren möchte. Und hoffe das Beste, dass ich ihn mag. Wenn er da ist, wird er reviewt. Wenn ich ihn ein bisschen getestet habe, berichte ich euch. Ich werde auch einen Vergleich machen zwischen den beiden. Aber aus dem Hause Mikalef ist Ylang in Gold meine absolute Nummer 1. So weiblich. Tolle Haltbarkeit. Tolle Sillage. Es ist einfach nur 10 von 10. Ylang in Gold. Mein absoluter Liebling. Das nächste Haus ist das Haus von Xerjov. Und bei Xerjov gibt es immer einen Duft, an den ich als allererstes denke, wenn ich an das Haus denke. Und es ist für mich das Lira. Auch wenn das Lira jetzt nicht in der Saison ist. Es ist für mich ein absoluter Winter-Weihnachtstraum. Das ist wirklich... Ich rieche Weihnachtsmarkt in einer Flasche mit Lakritze, Zitronenkuchen und Karamellsoße. Aber er ist und bleibt der schönste für mich aus dem Hause Xerjov. Ich liebe ihn. Ich liebe gourmandige, süße Düfte. Und er ist für mich so einzigartig. So toll. Er ist für mich jeden Cent wert. Ich würde ihn jederzeit wieder kaufen. Und er ist meine absolute Nummer 1, wenn es um das Haus von Xerjov geht. Xerjov Lira. Der nächste kommt aus dem Hause Memo. Und aus dem Hause Memo eigentlich... Ich habe sehr viele probiert in der Schweiz. Und Leute, mir gefällt eigentlich nur er. Und zwar ist das das Mafa von Memo. Das ist so ein schwer zu beschreibender, floraler, cremiger, sehr einzigartiger Unterton. Den muss man wirklich probieren. Ich finde ihn sehr schwer zu beschreiben. Es ist kein Biest. Es ist kein Monster in Siage. Aber der ist toll. Ich mag den sehr. Ich habe wirklich Tage, wo ich wirklich nur auf ihn Lust habe. Der geht immer. Der ist nie zu viel. Der ist nie irgendwie schwierig zu tragen oder ärgert irgendjemand. Absoluter Crowdpleaser. Und für mich aus dem Hause Mafa meine Nummer 1, Memo. Aus dem Hause Memo, Mafa. So rum, Leute. Ich komme schon durcheinander mit den ganzen Namen. So, jetzt kommt das Haus Crete. Und aus dem Hause Crete, ihr könnt es euch schon denken, natürlich. Virgin Island Water. Für mich ungeschlagen. Leute, das ist ein Meisterwerk schlechthin. Okay. Das ist Caipirinha in einer Flasche. Das ist tropische Insel. Das ist Cocktails am Strand in der Hängematte. Diesen Vibe gibt es mir. Absoluter Unisex. Duft Top Performance. Top Haltbarkeit. Aus dem Hause Crete, meine Nummer 1. Virgin Island Water. Aus dem Hause Diptyque hätte ich für euch das Dossant Eau de Toilette. Das ist mein Liebster. Ich habe aus dem Hause Diptyque sehr viele. Ich habe auch das Dossant als Eau de Parfum hier stehen. Aber das Eau de Toilette mag ich noch ein bisschen mehr. Es hat irgendwas von einer frischen Brise von Sommer, Frühling. Wenn ihr daran riecht, ich rieche Frühling. Ja, das ist so das, was er mir gibt irgendwie vom Gefühl her. Die Performance von ihm ist gut. An die 5 Stunden hält er an mir. Er hat eine gute Sillage, ist aber natürlich kein Biest. Es ist ein leichter Duft. Das ist sowas Pyrot-taugliches. Irgendwas, wo ihr unter vielen Menschen arbeitet, wo niemand gestört sein sollte. Ist der Dossant die perfekte Wahl. Ein absoluter Signature-Send, wenn man ihn mag. Und meine Nummer 1 aus dem Hause Diptyque. Dossant das Eau de Toilette. Ich war sehr, sehr zwischen Philosikos und Dossant, Leute. Ich konnte mich wirklich schwer entscheiden. Ich habe jetzt ihn gewählt, wobei der Philosikos und der Dossant bei mir wirklich auf Platz 1 stehen. Der Philosikos ist dieser Feigenduft. Aber ich musste jetzt einen wählen. Deswegen ist es Dossant geworden, weil Dossant noch ein bisschen alltagstauglicher ist. Deswegen habe ich ihn gewählt. Das nächste Haus ist das Haus von Parfum de Mali. Und mein absoluter liebster Duft ist die Delina La Rosé. Das ist meine Nummer 1. Das ist für mich die Delina, mit der ich es einfach habe. Die mir keine Probleme bereitet. Die immer geht. Die eine Top-Performance hat. Den ganzen Tag hält. Ein absoluter Komplimenten-Magnet. Leute, den lieben alle. Ich habe so viele Komplimente auf ihn schon bekommen. Ich trage ihn sehr häufig. Ich liebe ihn. Der geht im Sommer, im Winter. Der geht eigentlich immer. Ist ein absoluter Signature, wenn man ihn liebt. Ist nicht so penetrant wie die normale Delina. Sehr viel alltagstauglicher. Ist aber trotzdem immer präsent. Und lässt euch niemals hängen. Von Parfum de Mali. Delina La Rosé. Jetzt kommt das Haus, wenn ich den wieder zukriegen würde. Jawohl. Aus dem Hause Nishane. Und es ist Voulon Cha. Das ist dieser grüner Tee. Ach Leute, der ist so gut. Der ist wirklich so gut. Der ist grün. Der ist frisch. Der ist sehr gut haltbar. Der hat eine Top-Sillage. Eine Top-Performance. Für einen Teeduft. Etwas, was ich noch nie so erlebt habe. Wenn ihr Teedüfte mögt. Und ihr mögt was Frisches. Wollt was Langanhaltendes. Absolut Unisextaugliches. Auch für die Männer. Ich empfehle euch Voulon Cha. Für mich die erste Wahl aus dem Hause Nishane. Jetzt kommt das Haus von Frederik Malt. Und ja, ich mag meine Frederik Malt Düfte alle. Aber meine absolute umgeschlagene Nummer 1, Leute, ist Portrait of a Lady. Portrait of a Lady von Dominique Rapion. Leute, das ist einfach nur ein Meisterwerk. Das ist nichts jetzt für den Sommer. Das ist erwachsen. Das ist etwas für geschulte Nasen. Niemals. Niemals. Leute, ich möchte das hier ganz, ganz klar sagen. Niemals einen Blindkauf. Kauft den nicht blind. Probiert den aus. Ich glaube, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Ich liebe ihn. Bei mir war das wirklich Liebe auf den ersten Riecher. Und das ist für mich das größte Meisterwerk, was je erschaffen worden ist. Deswegen aus dem Hause Frederik Malt Portrait of a Lady. Und das nächste Haus ist Haus von Amouage. Und meine allergrößte Nummer 1, den ich am meisten und wirklich immer wieder so gerne benutze, ist Blossom Love. Das ist wirklich ein Body Shop, ein Lush Store. Diese Wolke, die euch entgegenkommt, wenn ihr das betretet. Da ist Amaretto drin. Da ist Kirschlikör drin. Der riecht einfach nur wunderschön. Wenn ihr diese Gerüche mögt, wenn ihr in so einen Body Shop reinkommt oder ein Lush Store und wenn ihr das gerne schnüffelt, dann ist das euer Duft. Der hält den ganzen Tag, der hält sogar Übertage. Die Haltbarkeit ist über, über, überdurchschnittlich. Monster Siage. Jeder fragt mich nach dem Duft, wenn ich den trage. Ich glaube, der ist auch überhaupt nicht so gehypt, wie er eigentlich gehypt sein sollte. Der einer der besten und mein allerliebster aus dem Hause Amouage, Blossom Love. Jetzt kommt das Haus von Tiziana Terenzi. Und von Tiziana Terenzi habe ich gewählt mein Kirke. Leute, mit dem Kirke ist das so eine Sache. Ich will das ganz kurz hier ansprechen. Ich möchte nur nicht, dass das Video zu lang wird. Leider ist es so, Kirke ist jetzt auch so eine Modeerscheinung geworden. Als ich den hatte, hatte den noch keiner. Der war nicht berühmt, keiner kannte ihn und für mich war er was ganz Besonderes. Mittlerweile rieche ich es an jedem Zweiten. Jeder Zweite hat das drauf und so langsam bekomme ich das Gefühl, es ist nichts Besonderes mehr. Ich liebe aber den Duft. Er ist mein Liebster aus dem Hause Tiziana Terenzi. Mit Abstand. Das ist so ein toller Obstkorb mit Moschus und die Haltbarkeit ist über Tage. Der hält sich wie kein anderer. Aber leider ist er wirklich eine Art Modeerscheinung geworden und das stört mich sehr an diesem Duft. Deswegen greife ich leider nicht mehr so oft zu ihm, wie ich sollte. Aber er ist mein Liebster und ich hoffe einfach, dass dieser Hype um ihn ein bisschen abklingt, dass ich ihn wieder mehr benutzen kann. Dass ich nicht wie jeder rieche. Und das ist Kirke von Tiziana Terenzi. Eine Sache nervt mich, Leute. Ich wollte es ganz kurz mal ansprechen. Ich weiß nicht. Habt ihr von Tiziana Terenzi Düfte? Eigentlich liebe ich diese Flaschen. Aber diese Deckel sind... Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Für das Geld, was diese Düfte kosten. Guckt euch mal an. Ich kann den... Also der fällt im Prinzip schon... Ja, fällt von selber ab. Ich bin sehr, sehr enttäuscht von der Qualität von den Flaschen. Ich sage es euch ehrlich. Ich bin nicht zufrieden. So von außen sehen die zwar toll aus. Aber diese Deckel... Guckt mal hier. Ja. Egal. Er ist aber mein liebster Duft. Ich wollte es euch gezeigt haben. Kirke von Tiziana Terenzi. Den Deckel muss man ankleben. Aber der Duft ist toll. Dann kommt das Haus von Inisio. Und von Inisio habe ich eigentlich alle, die ich liebe... Ich bin ein großer Fan von dem Haus von Inisio, Leute. Aber ich habe einen gewählt. Und das ist Mask Therapy von Inisio. Das ist der Sommer Inisio für mich. Moschus. Moschus. Und noch mehr Moschus. Wenn ihr Moschus liebt, probiert den aus. Das ist einer der schönsten, cremigen, gepflegten, frisch geduschten Düfte, die ich kenne. Top Siage. Top Haltbarkeit. Ein entspannender Crowd Pleaser. Keiner wird sich gestört fühlen. Den könnt ihr überall immer tragen. Der ist sogar was für abends. Wenn ihr einfach nur gepflegt sein wollt. Mega Duft, Leute. Mask Therapy. Meine Nummer 1 aus dem Hause von Inisio. Jetzt kommt Maison Francis Kurdidjan. Auch da ist mir die Wahl schwer gefallen. Ich habe ein paar, die ich liebe. Aber mein allerliebster ist Baccarat Rouge 540, die Extré-Version. Diese bitter Orange, diese wahnsinnig tolle Süße, die einen ummantelt. Der ist edel. Der ist königlich. Das ist so, als würdet ihr euch Gold aufsprühen. Unisex-tauglich. Obwohl ich finde, er lehnt ein bisschen mehr zur weiblichen Seite. Aber Leute, der riecht teuer. Der riecht einfach so teuer, dass wenn ich mir den aufsprühe, fühle ich mich direkt besser. Bin ich natürlich nicht, aber ich fühle mich so. Und ich habe einen ganz anderen Gang drauf. Ich benehme mich ganz anders. Der gibt mir so dieses Gefühl. Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurdidjan. Die Extré-Version. Meine Nummer 1 aus dem Hause. Und aus meinem Lieblings-Parfümhaus. Ihr wisst es. Ich habe eine Unmenge von Düften aus dem Hause von Byredo. Und ich habe einen gewählt, weil ich habe ihn gewählt eher, weil er für mich der Außergewöhnlichste aus dem Haus ist. Er ist einfach ein Unikum, finde ich. Und das ist Pulp von Byredo. Leute, das ist für mich sowas, ich weiß nicht, irgendwie sowas nicht von dieser Welt. Ja, der ist sehr fruchtig. Das ist wirklich etwas für fruchtige Liebhaber. Und ich denke, der ist nicht was für jeden. Niemals ein Blindkauf. Aber ich finde den so toll. Der hat eine super Haltbarkeit. Der hat eine gute Sillage. Der ist auch so leicht säuerlich. Und ich glaube, dieses Saure, was er hat, ist nicht was für jeden. Er ist süß und gleichzeitig sauer. Und das ist für mich irgendwie, das habe ich in keinem anderen Duft erlebt. Und deswegen, ich stand vor dem Byredo-Regal bei mir und habe wirklich lange überlegt, welchen ich wähle. Ich wollte erst Latolib wählen, weil das ist mein meistgenutzter Duft. Dann wollte ich eigentlich Bolsafric wählen, weil auch den liebe ich. Aber ich habe Pulp genommen, weil, wie gesagt, wenn es um Einzigartigkeit geht und ich habe wirklich gesagt, Jenny, du darfst nur einen wählen, kam mir Pulp in den Sinn. Meine Wahl Nummer 1, Pulp von Byredo. Ich finde auch, Leute, der ist total underrated. Keiner redet über den. Ich weiß nicht, warum. Schade eigentlich, weil er für ein Byredo-Regal eine super Performance hat, sehr außergewöhnlich ist. Und ich weiß nicht, die anderen sind alle diese Crowd-Pleaser, die immer so gehypt werden. Aber ich finde diese, die einzigartig sind, über die wird viel zu wenig geredet. Das ist so meine Meinung dazu. So, das vorletzte Haus. Und das ist BDK. Und das war echt hart, denn ich mag alle. Aber die Nummer 1, Gris Chanel von BDK. Dieser Duft hat mich umgehauen, Leute. Der ist dunkel, cremig, zart, aber gleichzeitig selbstbewusst, mit Charakter. Absolut unisex-tauglich. Der liegt für mich komplett in der Mitte. Der gibt mir auch so einen Hauch Selbstbewusstsein, aber ohne zu viel zu sein. Top-Haltbarkeit. Top-Siage. Komplimenten-Magnet. Immer, wenn ich den trage, fragt mich irgendjemand, was ich drauf habe. Der ist der absolute Wahnsinn. Und meine erste Wahl aus dem Hause BDK, Gris Chanel. Wenn ihr den noch nicht probiert habt, Leute, und ihr mögt, feige, cremig, probiert den aus mit Kardamom. Der ist der absolute Wahnsinn. Und das letzte Parfumhaus ist mein liebstes Parfumhaus. Und es ist bei Kilian. Und es ist bei Kilian. Oh Mann, das ist mir echt schwer gefallen. Denn mittlerweile sind es zwei Düfte, die komplett bei mir auf einer Stufe stehen. Ich habe aber den gewählt, ohne den ich wirklich gar nicht sein will. Und es ist Good Girls Gone Bad von Kilian. Aber Love Don't Be Shy, Leute, wäre normalerweise auch hier mit drin. Denn ich mag beide gleich gerne. Aber das hier ist sowas wie mein Signature-Scent. Der ist edel. Der ist wirklich ladylike. Der geht immer. Das ist wirklich ein absoluter Signature, wenn man ihn mag. Der ist sehr sexy. Wirklich präsent. Da nicht penetrant. Aber ihr werdet auffallen auf eine sehr elegante, luxuriöse Art und Weise. Er macht mich glücklich. Der macht mich wirklich glücklich. Und meine absolute Nummer 1 aus dem Hause bei Kilian. Good Girl Gone Bad. Leute, ich hoffe, es war nicht zu viel. Und ihr hattet ein bisschen Spaß. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare vielleicht, welche eure Düfte sind. Aus den Häusern, die eure Lieblinge sind. Ich würde alles gerne lesen. Mich interessiert immer alles. Egal ob Designer oder Nische. Was auch immer euer Ding mehr ist. Ich lese alles gerne. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und hoffe, wir sehen uns bald wieder in einer meiner nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss.